So, TTT ist wieder da, haut rein, ciao. What? Moin moin ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TTT. Halt auf Rooftops, mit den üblichen Spacken. Es ist dringend, einfach egal was passiert, in der ersten Runde immer generell Hardy kann, damit das Spiel ausgeglichen bleibt. Ja, ja, alles klar, okay, kann ich mitnehmen. Hardy ist vor mir, können ich jetzt so wegmachen. Hast du da einen Sniper? Ja. Oh man. Die hättest du gerne, ne? Möchtest du doch mal die tauschen? Hardy, möchtest du die haben? Ja. Ja? Ja, hier. Ja. Oh, scheiße. Hey, hoch. Hardy, Hardy, Hardy. Ich hab den weggemacht. Hardy hat auf Jay geschossen. Hardy war Traitor. Alter, war das gut. Ach, Punkte. Alter, war das gut. Was ist jetzt gerade passiert? Also, Hardy hat direkt dann auf mich geschossen, als ich die Sniper in den Abgrund geworfen habe, um ihn zu natzen. Und Hardy wollte sich scheinbar rechnen. Und dann hat Bram mir richtig krass den Arsch gerettet. Seb, lebst du noch? Hab ich einfach richtig schön geschweinig dem Typ. Nice. Moment, Seb ist tot. Was ist mit Christian? Ja, dann ist Christian oder Seppet. Okay, ich versteck mich aber nur noch. Die können doch nicht jetzt beide nicht reden. Keine Ahnung. Der eine ist tot und der andere halt nicht. Oder du hast beide weggemacht. Ja, das wäre theoretisch eine Möglichkeit, aber habe ich nicht. So, ich werde jetzt in das große Haus reingehen. Also, da könnt ihr ja sehen, ob da einer ist oder nicht. Ich gehe mal gucken, ob da einer ist. Okay, in dem großen Haus stehe einer zu sein, würde ich sagen. Sehr gut. Beide Seiten abdecken, Peter. Ja. Du müsst die andere Seite sehen, oder? Ja. Jetzt auf meiner Seite raus. Kann ich nicht sehen. So, ein schlechter Sniper. Der ist wieder drin. Okay. Das war der J. Das ist es. Der ist auf meiner Seite raus. Das ist Peter, kann ich ein bisschen besser. Nice. Hab ihn. Habe ihn. Hätte ich besser. Hätte ich besser, mal zum Bram dich orientieren. Ich habe jeden Schuss getroffen und ich brauche fünf Schüsse dafür. Alter, Hardy ist einfach nur krank. Das war so geil, wie Hardy einfach mir mit der Spock dann noch 22 Schar Leben hatte ich noch, einen reingedrückt hat und dann direkt tot war. Von Bram. Das war richtig nice. Ja, Bram hat den gerade richtig geil gefällt. Heldschott von mir im Laufen. Du hast den einfach so weggemacht, oder was? Ja, ne. Nachdem er mich attackiert hat. Achso. Hardy, warst du so beneidig, dass ich dir die Sniper weggeworfen habe. Ne, ich habe den nicht gesehen. Ich habe den einfach nicht gesehen. Und dann habe ich halt auf Jay gezielt und dachte mir halt, okay, wenn Hardy jetzt in das Zeit ist, ist vielleicht Jay auch noch weg. Boah, du Aschloch. Aber Christian, da hast du, äh, Sepp, aber relativ zügig weggeknallt, oder? Ja, direkt am Anfang. Der kam mir hier entgegen und da habe ich mir gedacht, da ihr euch da gerade am Keifen seid, war Hardy. Und dann sagte ich noch so leise, so, Christian. Ja, das ist klar, Sepp. Ne, davor. Da warst du, achso. Da habe ich nichts von gehört. Da habe ich gesagt, habe ich nur singen, Christian. Da habe ich nichts von gehört. Und dann war ich schon tot. Aber nur, Hardy. Und ihr wart gerade mit Hardy. Hello, Sir. Peter. Was denn? Alter, wer hat auf das Fass neben mir geschossen? Ey, Bram schießt auf mich. Ich habe nur das Fenster kaputt gemacht, sorry. Ja, du hast mir 50 Damage gemacht, du Wixxer. Oh ja, der, Bram is it. So, das glaube ich dir nämlich nicht, du knapp. Ja, das glaube ich. Leute, Bram hat Hardy gemacht. Glaubst du mir das denn nicht? Bram hat Hardy gemacht. Wo ist Bram? Wer? Wo ist denn Bram? Hallo? Wo ist denn Bram? Nein, Sepp hat, glaube ich, gerade den Abgang gemacht. Hallo? Ich weiß nicht, wo Bram ist. Nein, 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 nein. Jay, du... Jay und Peter. Ich bin hinter dir, Peter. Hinter Jay kommt hinter dir. Hinter Jay kommt hinter dir. Ich habe keine Ahnung, wo Bram ist. Irgendjemand hat Sepp weggesnackt. Da hinten ist einer am großen Haus. Ist das Chris oder ist das Bram? An dem Sniperhaus, wo Hardy immer ist. Das ist auf jeden Fall ein Traitor. Okay. Was? Stimmt, hier ist ein Toter. Hier ist Hardy. Du schießt denn jetzt auf mich? Ich bin nicht Hardy. Lass da, Peter. Ich schieße gar nicht auf dich. Was laberst du? Hey, aber wo seid ihr denn? What the fuck? Christian, du schießt auf mich. Ich schieße überhaupt nicht. Ich habe nur... Ich habe auch kein Bullshit. Peter. Was ist das? Hä? Ich schieße nicht auf dich. Ich glaube es mir. Was macht ihr denn da? Peter erzählt Bullshit. Ich glaube, der ist schon tot. Oh, geil, Alter. Wie geil das war. Hast du dich da schön an einem Grappling-Hode drauf versteckt? Ja, und habe auf beide Seiten geschossen. Dann haben die sich gegenseitig die ganze Zeit so... Er schießt mich auf mich. Er schießt mich auf mich. Er geht gerade rüber. Auf die Mitte. Ja, habe ich gesehen. Ich habe leider keinen Grappling-Hode mehr. Doch, Moment. Pass auf. Zack. Hä? Wo ist er denn? Wo ist er? Eine Ahnung, wo der ist? Ich glaube, im Haus drin. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Echt? Das ist ja, wo bist du denn? Ganz alleine und habe große Angst. Komm, holt mich. Den sieht man. Oh, ja. Alter! Da habe ich doch die Teleporter nämlich drin gehabt. Das war eine schöne Aktion. Der schießt auch nicht auf mich. Der schießt auch nicht auf mich. Ich habe keine Ahnung, wo du gesessen hast. Bram hat dich oben auf das Haus versteckt. Auf dem da. Moment, ich muss dir kurz zugucken. LOL! Und habe immer auf beide Seiten so geschossen. So einmal, weißt du? Alter! Und dann saß ich hier so. Und war so. Bumm! Und wieder geduckt. Und dann. Bumm! Auf der andere Richtung geduckt. Okay. Das ist alles. Ich dachte, Christian schießt auf mich. Und Christian dachte, ich schieße auf ihn. Nice Runde! Ja, der glaubt einem halt nicht, wenn er mit dir macht. Ja. Du hast mir auch nicht geglaubt, dass ich nicht auf dich schieße. War eine ziemlich gute Runde, Bram. War nice. Das war super stark. Und dann trifft er gerade noch in der letzten Runde. Ich bin voll richtig Sniper. Ich treffe ja gar nichts. Das Glück bei Bram, weißt du? Der ist auch ein schlechter Sniper. Da war ich schon gar nicht so ohne. Willst du das echt, Harry? Nein, ich habe keinen Bock, schon da als erstes zu verrecken. Verrecken mal als erstes. Ich warte eigentlich jetzt nur bei dieser Map darauf, dass der erste mit diesen komischen Seilen durch die Gegend fliegt. Ja, da musst du echt drauf aufpassen, auf die Häuser. Oh, Christian, da sind noch Fässer, ne? Ja, solange du halt nicht kaputt schießt, ist alles gut. Na, na, na. Da war lustig gewesen, wenn ich Trader gewesen wäre. Hier, echt ein bisschen blöde, glaube ich. So tritt ich das denn nicht. Ist so ruhig gerade hier, was ist da los? Ja, ist krass. Ich sehe auch kaum einen. Ich bin bei Hadi. Ja, ja. Aber Hadi ist das, glaube ich, nicht. Was war das denn? Deine Mutti war das. Meine Mutti ist das, aber da so. Ich habe mich versteckt. Ist da gerade jemand gestorben? Ist ich gerade so angesprochen? Ich lebe da. Ich bin nur da. Bist du, lebst du noch? Oh, oh. Der war beim Haus. Er sagt zumindest nichts. Also, Christian ist es. Ja, oder er ist wirklich tot. Ja, oder er ist tot. Da ist ein Fass im Kopf. Da hat da gerade jemand auf mich geschossen. Da könnte es doch nicht sein. Hä? Christian lebt noch. Christian ist wieder da. Ja, ich lebe noch. Ich wollte nur mal gucken, was passiert, wenn ich nichts sage. Bram, lebst du noch? Ja, ja. Hadi, lebst du noch? Ja. Hat er zwei... Hadi steht direkt hinter dir und hätte ihn voll wegmachen können. What the fuck? Ja, okay. Das wäre ganz schön dumm, wenn Hadi das mitten auf einem Map machen würde. Oh, geht. Der nervt ihn noch nicht. Er enttarnt ihn noch nicht. Da ist Christian. Christian ist im Haus drin. Ja. Ja, das hat er ja angesagt. Ja, aber ich muss halt... Oh, Leute. Oh. Hadi ist die Sniper leider wieder runtergefallen. Da tut mir aber leid. Das ist aber schade, Hadi. Fuck mal schön auf, Alter. Ey, fuck mal schön auf, Junge. Junge. Alter, Sepp, was war das? Ein Smoke. Dafür will ich hoffen, dass das ein Smoke war. Wenn das keine ist, töd ich dich. Okay, das war einer. Doll. Es war ein Smoke. Ah! Ich tötet mich durch mich los. Paco, Paco. Kann man das fast da wegmachen, ey? Too risky. Gehen wir mal den ruhigen Besuch. Ich wollte gerade sagen, ich kann eigentlich nur Christian sein. Das ist jetzt schon wieder bei zwei Minuten hier. Das geht ja nicht. Jetzt sind immer noch zwei, Sepp, ne? Von sechs. Ja. Das geht nicht anders. Ey, wo ist der ruhige? Das ist Brom. Wo ist denn, Sepp? Bin auch im Darten. Weg. Er sitzt immer noch da drin. Alle weg. Alle weg. Ach, da ist der eine. Okay. Was ist der? Du brennst du bist, Alter. Da ist Brom. Blöi. Was ist das denn? Oh, ne. Dann sitzt da. Wer ist das denn? Als euch einer mit Granaten beworfen hat, war das Hardy, by the way. Wo ist der? Wieso? Er ist bei dem World Trade Center zwischen den beiden Türmen. Stimmt gar nicht. Alter, da ist der Schubi da. Der schmeißt ja wieder eine Granate. Weg da, Vorsicht. Das war eine Frack. Ich hab nur geguckt. Achso, ne. Das war eine. Alter, die Volt. Das war eine Smoke. Alter, ich hab nur 83. Die ging aber trotzdem neben mir und Jay ging hier runter. I took the same room. Also, bei diesem Revival-Verhalten bin ich ja echt schon wieder geneigt, Hardy irgendwie. Ich mach den auch nicht. Ey, fuck off. Ich mach, Hardy. Hardy ist tot. Und? War der denn? Hardy war innocent. Alter, willst du mich verarschen? Ja, das ist doch. Das muss doch dann jetzt Jay sein, oder? Das ist so bullshitig. Mich nervt das. Ich weiß ja nicht. Ich kann verstehen, wenn Hardy mir ein paar, das Problem ist, ich kann das nachvollziehen. Wenn Hardy mir ein paar reingedrückt hätte, hätt ich halt auch keinen Bock da drauf. Der hat das Incendary halt auf mich geworfen. Das ist doch bullshit. Ich glaub, da hinten sitzt das Bistian noch. Hallo, Peter. Töte mich. Oh, du schießt auf mich. Peter schießt auf mich. Ich versuch's, ja. Scheiße, aber ich war zu dumm. Peter auf mich schießt. Ey, Bram, nicht auf mich schießen. Nee, nicht auf Jay schießen. Bessin ist tot. Hardy ist tot. Das ist doch nicht okay. Bram ist Traitor. Bram hat Grappling-Mode. Das ist doch alles nicht okay, meine Freunde. Geht das eigentlich? Wer lebt denn überhaupt noch? Moment, ich muss mal. Geht das? Geht das? Alter. Alter, mit getroffen. Da ist einer umgefallen. Vielleicht hab ich den platt gemacht. Hast du. Wie ist denn hier noch? Glaub ich zumindest. Alter, ich check hier überhaupt gar nix. Ich bin völlig verwirrt, wo du bist. Au! War ich nicht. Hab ich jetzt auf den Falschen geschossen? Ja, ich glaub schon. Konnte durch die Bäume den Namen nicht sehen. Christian, du bist innocent? Ja. Bist du viel Schilder? Oh, der. Okay, da bist du doch wohl umgefallen. Aber hast du wohl doch innocent. Schade. Moment, da muss ich jetzt wieder die Waffe wechseln. Herrinde! Ich wo ich hin. Ich stehe das nicht gerade. Ich bin festgekommen. Derrament bedeutet,Hello doch. Nice! Richtig gut Das ist Bramms Runde mit dem Grappler Hook heute Das verwirrt einen so hart Du kriegst gar nicht Wieso sagst du nice? Du warst innocent Wie? Was soll ich denn nice sagen? Du hast gerade nice gesagt, oder? Achso, lol Ja, aber Alter Wie du da runter gefallen bist, das war nice Ne, das war überhaupt nicht nice Das stimmt, das war richtig lustig Wie ich der einfach nicht getroffen hab, war Ich war mir so sicher, dass der Traitor ist Ja, war ich ja auch Dann, ja, hat, lol Okay, tot! Wow Aber Bram und ich waren zweimal hintereinander Gleiche Traitor Pärchen Das stimmt, das frech Schon Ich fand's auch geil, wie Sepp so gar nicht kommuniziert hat Ey, ich hab übrigens gerade in Disguise einen Traitor gekillt Ne, muss man nicht sagen Ich wusste ja nicht mal, wer überlebt hat, oder wer noch da war Ich hatte eigentlich gedacht, Christian wäre dann der andere Ja Aber dann, dann hat trotzdem noch Bram da weiter rumgegrapplingt Und dann, ja Das war so geil, wie verwirrt Chris einfach nur war Ja, ich hab den halt gar nicht gesehen Ich brauche eine Waffe Ich brauche Du brauchst eine Waffe Alter Welcher Fixer war das? Alter Brammen Hab mich auf 59 runter gehauen Weil neben mir nen Fass explodiert ist Möchte ich einmal sagen Ja, sehr schön Ja, war er doch gut gemacht Oh Hab ich den Traitor ein bisschen einfacher gemacht Hab ich da jetzt hingelegt? Okay, ne Smog Ja, voll nice Ach, du bist Traitor, Hadi Ja Und das Fass war übrigens so geplant Das hat er dahin geplantet, ja Als ob er mich damit töten wollte Bram ist für mich Kill on Side Möchte ich einmal sagen Weißt du, wo ich sitze? Alter, willst du mich verarschen? Ja, aber ich trau mich doch jetzt nicht mehr mit meinen 59er Blatt Ich hab überhaupt nicht auf dich geschossen, was laberst du für Bullshit? Wieso schieß der Fixer auf mich? Christian hat auf mich geschossen, ohne dass ich auf den geschossen habe Ich hab auf dich überhaupt nicht geschossen Natürlich, das hab ich genau gesehen, du Lügner Irgendein Sack hat auf mich geschossen Alter, Chris ist der Andere Chris hat auch auf mich versucht zu schießen Der Logo, nur ein Andere Christian und Bram sind's Ich bin innocent Ich bin innocent Ich hab Christian weggemacht Ja, okay Okay, Christian, warte nicht Aber Hadi is it Nein, du bist it Ei, lol Tot Der ist tot? Wau mal Wieso sterben denn jetzt hier alle? Boah, das war ein schöner Hadi Sorry, Christian Ich glaub, du warst satt Boah, Alter Der war krank Der war sick war der, Alter So Da fehlt noch Bram Ich weiß, dass er noch überlebt hat Noch wir beide, Hadi? Ja Warum lügst du? So Tschö Lol Nice, Hadi Ich wollte ihn gerade rühren Alter, Bram, was war das für eine Aktion? Du plästst Ich hab mich erschrocken Ja, aber du plästst Warum stellst du denn ein TNT fast mitten in den Flur von dem großen Haus und schießt das Ding kaputt, wenn ich daran vorbeilaufe? Ich hab das Fass geholt, wenn du in den Raum reingehst, aus der rechten Seite Ja, warum holt, warum steckt man das in den Flur und wartet dann zufällig, kommt einer dann vorbei? Weil Bram ein bisschen einfacher machen wollte Ja, ey, das war super lustig, ich schieß einmal Christian an, versteckt mich und dann geht direkt das Geflame los Und Christian Christian, hast du auf mich geschossen? Nein Wer hat auf mich geschossen? Ich frag mich erstmal, wer auf mich geschossen hat am Anfang Ich nicht Also ich hab Christian angehört Ey, ihr könnt mich jetzt wieder hier im Shotgun 1 und 1 Und Christian Du hast nur Christian angeschossen, Sepp Ich war die ganze Zeit im Haus drin Dann hab ich mich verpinkert Warum hat denn dann Christian, warum hast du dann gerade auch noch auf mich geschossen? Christian, du hast mich wohl geschossen, Christian Warum, du bist Christian? Nein, ich hab auf Hadi geschossen Hä, du warst doch im Raum Dann hat der mich... Dann hat der mich... Dann hat der mich... Dann hat der mich... Dann hab ich gesagt so, ja alles klar und hab auf Hadi geschossen Plötzlich krieg ich auch eine reingedrückt Das war von Sepp Nicht von mir Ja, dann hab ich unten reingerannt Dann stand der Jay, dann hab ich mich erschrocken Wer, wer war denn derjenige oben im Turm? Ich war der oben im Turm Ach, du hast dir den Headshot gefangen? Ja Peter, lieber Peter Alter, Christian Wieso kommst du hier in meinen Raum? Das find ich ultra unentspannt Da, da ist die Tür Ja, das war eigentlich mein Raum hier Was hast du da eigentlich in der Ecke gemacht, Sepp? Ich hab da gewartet, bis da da einer kommt um den... Ich hab da gewartet Wer hat da auf mich geschossen? Ich wusste nicht Da schießt einer auf mich Ich schieß auf die Fenster, du Stückehaufen Dann ist der Jay Ich schieß mit der Deagle auf die Fenster Jetzt schieß ich mit der Sniper auf die Fenster Jaja, ist klar Ich will nur sehen, wer das da ist Hallo Peter, ich seh das genau, dass du auf mich zielst Vorsicht, Incendary incoming Entschuldig, zieh ich auf dich Mal gucken, ob ich... Ich versuch deine zurückzuschmeißen, Hadi Aber ich glaub nicht, dass ich die Distanz... Nee, schade Nicht mehr ansatzweise gereicht Alter Du bist ja immer noch da Oh wow Was machst du denn da hier? Hadi schießt auf mich Guck mal, wie ich den Stein aus der Fassung bringen kann Also ist Hadi jetzt? Ja, Hadi ist da alles Ich glaub schon Ja, holt euch Minuspunkten Kommt her, geilen Wichser Wo ist der? Ich weiß nicht mehr, wo Hadi ist Der ist hinten bei der Zwillingstürme Hinter dem Steg Alter Stimmt Ja, selber schuld, Hadi Ganz ehrlich, wenn du überall draufballerst, ey Okay Bram, äh gut Bei Bram ist das normal, als er drauf schießt Wenn er da rumschießt Was willst du denn schon wieder hier, Sepp? Das ist mein Raum Ich will da rein Das ist da deinen anderen Da ist da noch einer Ja Wer noch den? Meiner Also links, wenn du reinkommst Beziehungsweise von der anderen Seite halt Und Christian ist da, wo die Leiche liegt Rechts Welche Leiche? Welche Leiche denn? Ja, da liegt doch so eine Leiche Achso Ja, ja Ach, da liegt so eine Leiche Ach, Peter kennt die Map nicht Ey, Sepp, wo bist du denn? Hier ist eine Bombe Sepp, hast du eine Bombe gelegt? Nein Hier ist eine Bombe an dem Haus Ja Aha, da ist Peter Sepp ist für mich schon mal kaum Sepp ist oben am Wasserturm Wo bin ich denn jetzt kaum? Sepp ist oben am Wasserturm Weil du dich gerade von der Bombe verpisst hast Sepp ist tot, glaube ich Sepp ist, glaube ich, gerade gestorben Hahaha, von mir Hoffentlich Ey, der muss ja Trader gewesen sein, wenn der die Bombe geplantet hat Die waren doch gerade im Raum beide, ne? Chris und Sepp Ich glaube übrigens, der andere ist Bram, also Oder er ist doch richtig, ne? Was denn? Dass Chris und Sepp noch gerade in dem Raum waren Und Sepp plötzlich am Wasserturm war Und da die Bombe wahrscheinlich geplantet hat, richtig? Keine Ahnung, wo Sepp war Will eigentlich denn jemand mal Ja, ich bin am Wasserturm Abchecken Nicht am Wasserturm Da oben ist Sebastian, bist du nicht da in der Nähe, um den proven zu können? Ich geh da aber nicht drauf Ich seh Chris Oh, ich werd beschossen Ich geh da jetzt auch nicht Also, Christian schießt nicht, dann ist es Bram Guckt oben auf die Türme Ich hab ich geschossen Ich bin im Haus drin Also, Chris und ich haben nicht auf dich geschossen Nur, um das mal klarzustellen, Peter Und ich hab gerade Hier fliegt gerade einer oben Da fliegt da oben Bram ist wieder oben auf dem Royal Trade Center Auf den zwei Bibbels Wisst ihr, was ich mein? Ihr wisst, was ich mein Oh Bram, da verlierst du den Kampf Oh Bram, da verlierst du den Kampf Ich hab mal Ne richtig Ich weiß nicht, ob das funktioniert Aber ich probier da trotzdem aus, was lustig sein könnte Das liegt sich von hinten an Das liegt sich von unten ran Ich hab's mir gedacht Alter, wo ist der? Alter, der ist hinter mir! Oh mein Gott, ich bin tot Hilfe! Wo bist du denn? Hahahaha Ah, ahahaha Lachen wir das halt nicht Das war, hat äh, funktioniert, Christian Ich bin... Pfff Pfff Oh, Alter Scheiße Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh What the fuck? Boah, Alter Junge Boah, Christian hat fast gewonnen Da hab ich grad so weit von fast den Abgang gemacht Ja, ich hört Das war spaßig Boah, Alter Ich hab grad schon die Pumpe am Laufen, muss ich ja ganz ehrlich sagen Alter Alter, das war best of my Tyrion Ich verkrann meine Cola aus der Flasche am Trinken Als Bram da sich auf die Fresse gelegt hat fast Und mein ganzes Gesicht ist voller Cola Scheiße, weil ich gelacht hab Alter, klebt alles hier Ist halt eklig Boah, Peter, saubere Heldstoffe hast du gekassiert, sagst du? Hab ich richtig hart kassiert, ja Hadi hat sich schon wieder so einen typischen Opfer für den Traitor gemacht Du Sack Stimmt allerdings Ja, das war halt sehr simpel So, jetzt seh ich wieder was Das krasse ist, wenn Hadi so spielt, kann er selber auch später sein Das ist nicht mal so unwahrscheinlich eigentlich Ja, richtig, er hätte ja auch einfach daneben schießen können Theoretisch Theoretisch Wäre alles möglich Boah, das war echt ganz schön mies mit dem unten anschleichen Na ja, da kam er dann plötzlich an, da war ich halt weg Da war echt voll, voll super Ich hab mir vorher noch ne Schrumpflitte gezockt, weißt du dann Wuhuhu Ja, Leute Einer tot Ist ja noch Zeit Ich bin echt zu dumm zum Snipern, ey, das ist schlimm Wuhuhu Wuhuhu Vielleicht sollten wir uns Alle in das Häuschen verstecken Zumindest Seenuschen war der auf jeden Fall Zumindest kam das Geräusch aus der Richtung Kliebt alles hier, ey Ja, der könnte sich auf der anderen Seite ja auch festhalten Ist ja nicht so unwahrscheinlich Er kann sich auch festhalten, ne? Genau Ja, eben deswegen halt Wer ist das denn? Bram, bist du jetzt wieder? Schon wieder? Wo bist du denn? Ja, stimmt, wo bist du denn? Ich bin in einer Behausung Und werde hier warten Das ist gelogen Das ist nicht gelogen Dann ist es Pete Ich hab mich versteckt Pete könnte es sein oder Bram Das sind die einzigen, die da mit dem Grapplinghook da Am Wasserturm sind Peter sitzt oben an der Stelle Peter sitzt oben an den Trailszentern oben drauf Ja, ja, der hat sich einen gefangen Da, der ist schon Oh, und down Peter, du Lappen, ey, du kannst das halt einfach Alter, ich hab auch direkt einen mitgekriegt Ich glaub Christian war das Der ist nämlich derjenige, der da unten auf dem Heliport war Ja Der ist auf dem Heliport Das müsste der gewesen sein Aber das kam auch aus der Richtung Der hat gerade den Jay weggemacht Der ist wundet, der ist immer noch auf dem Heliport teil Ja? Ja Ja, der schnuppert da Oh ja, ich weiß Ich kämpfe grad gegen den Warte, ich will mich ab Alter, hat der mich richtig weggefickt Heilige Mutter Nice, Runde, wer gewinnt? Ja, Bram verdientermaßen Ja, auf jeden Fall verdientermaßen Peter letzter Ja, echt verdientermaßen Wie Peter da unbedingt auch hoch wollte Ich hab aber voll gemerkt Ich will das auch können Aber das kann nur Bram Ja, man hat einfach gemerkt Oh, ich will auch da hoch Ja, aber ich bin scheiße Ja, ja, Bram ist geil Und Peter ist scheiße Und der Rest ist mittelmaß Nein, du hast recht Tschüss Ja, das war dumm